So, wir haben uns leider etwas in der letzten Folge, glaube ich, etwas viel vorgenommen, indem ich da einfach in die Basis reingefahren bin, aber was soll ich sagen? Das ist das, was ich schon mal habe. Ja, gut, es erinnerte mich ein bisschen an der letzten Aktion, die ich gemacht habe. Es war aber wirklich keine Absicht. Ich dachte wirklich, der Panzer hält mehr aus. Ich meine, es ist ein Panzer, aber trotzdem. Ja eben, es ist ein Panzer und ich dachte, der Panzer kann halt panzermäßig aushalten. Dass er da direkt so zack, 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 zack und es ging alles runter, tut mir leid, ich habe es echt nicht gedacht. Also auf jeden Fall, wir kommen zurück und ja, wir sind jetzt diesmal in einem ruhigen Angriff. Vielleicht. Zumindest versuchen wir. Aber ich sehe hier nichts. Haben wir keinen vernünftigen Hügel in der Nähe oder so? Oh Gott, das ist ja... Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, wir haben uns ein bisschen zu viel zukommodet hier. Nein. Nur ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Klitzekleines bisschen. Klitzekleines bisschen. Aha, das sind vier Soldaten hier. Von 20? Nein, da habe ich einen Turm, da habe ich irgendwie einen Grenadier, der oben auf dem Haus sitzt. Also ich wäre offen für Vorschläge, von mir ist mal so. Erstmal müssen wir gucken, wo ich überhaupt gewaltt bin. Ja, von der Position aus, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 Leute. Die stehen alle mit dem Rücken zu mir. Aber auf dem Turm sind auch noch zwei oder drei. Auf dem Gebäude sind zwei. Und jede Menge automatisierte Waffen. Die automatisierten Waffen zuerst. Welche Gegner sind tot? Welche Gegner sind tot? Ah, die auf dem Dach. Ja. Ja, die vorne aber in der Einfahrt stehen, die sind nicht so leicht zu kriegen. So, also ich habe von der Einfahrt habe ich den linken. Welche meinst du? Die vier, die da unten stehen? Mhm. Soll ich dir mal zeigen, wie man alle vier tötet? Ja, bitte. Geht los, Moment. Warte. Okay. Warte. Ja. Bis auf die Drohne. Warte. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Äh, was war das? Was war das? Die Simultandrohne. Aha. Simultandrohne. Wir lernen hier dazu. Wir lernen dazu. Was machen wir jetzt mit dem Panzer? Haben wir irgendwie eine Panzerfaust oder sowas? Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, wir haben für alles was gerade. Ja, wir haben eine Panzerfaust. Wir haben auch. Eine Panzerfaust haben wir auch. Das war doch klar. Wo ist er denn? Jetzt ist er direkt hier in der Durchfahrt. Oh. Und er hat uns bemerkt. Ach. Wir haben uns bemerkt. Schuss gehört. Chimera. Kann sein, aber ich habe... Ähm... Was ist? Ach, okay. Da ist niemand drin. Ich dachte. Nicht mehr. Nein, das wollte ich nicht. Könnte mal der machen, was ich will? Meins. Kommen die anher her? Ich will eigentlich... Ich weiß nicht. Das ist die Hauptstraße. Da fahren so viele Autos rum. Ich wollte eigentlich den Geschützturm. Das ist die Hauptstraße. Und jetzt. Ah. Oh. 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 Ah. Ich bin tot. Natürlich bist du da. Ja, aber immerhin. Ich habe eineinhalb Panzer gekillt. Jetzt so. Sie wurden getötet. Dafür hattet ihr doch den... ...Panzer doch da irgendwie... ...euch eigen. Uah. Ist doch so was weg von dem Ding. Ich bin verletzt. Ich bin leider nicht tot. Das könnte ich ja respawnen. Uff. Und da kommt auch noch... ...kommt auch noch einer. Ich glaube die Panzer hat noch besser nicht getötet. Ist eigentlich Y. Jetzt hat Y sich bewegt aber... Sind wir alle tot? Nö. Nein. Mathis ist noch lebendig. Ja. Er kam von hinten aus dem Panzer weist. Naja, da waren ein paar Panzer unterwegs. Mhm. Die waren schon aus der Basis raus. Nämlich auch etwas... ...überrascht. So. Es respawn. Die stehen alle auf seiner Leiche. Da komme ich nicht hin. Nein. Nein. Nicht drauf schießen. Was ist das? Was ist das? Okay, einer ist drauf. Einer habe ich gehabt. Sistkontakt. Gegnerische Truppen. Einer. Feuerfreigabe. So, na Trammer. Über zwei sind da. Über drei sind wir schon. Oh, wo kommt das denn her? Oh, Böse. Da kam Böse an. Ich muss mich gar nicht mal heilen. Na ja, nacht. Alles gut, wir sind wieder außen. Wir fahren, reichen aus. Wieder auch orange. Die Panzer sind jetzt alle weg. Fahrt mich mal ein bisschen besser in Position. Oder gehen wir mal leiser vor. Zumindest versuchen wir das, oder? Aber erst die da links ausnehmen oder direkt in die Basis holen? Also ich muss definitiv nochmal vier Leute, äh, drei Leute ohne entdeckt, also nicht ohne entdeckt zu werden. Nochmal vier Leute killen. Innerhalb von so und so vier Sekunden. Dann kommen zwei die Auffahrt runter. Weg. Das sieht ja hier schon sehr ordentlich aus. muss man jetzt noch schnell drei stücke schnappen ich glaube drei stück hast du hier neben der doch hier hinten sind noch welche vielleicht habe ich das glück dass ich die drei stück schnell ja von drei sekunden 30 kunden oder muss ich kriegen Ich habe den rechten. Dirk? Ich habe den rechten. Es ist gut, dass du den rechten hast. Er braucht sie für seine Quiz. Es ist vorbei mit der Quest. Wollen sie dich hier sehen? Oh, wer hat den jetzt gekillt? Ich weiß nicht. Du sagst, es ist vorbei mit der Quest. Da war aber noch ein Dritter. Lass mal ein Paketchen übersehen, oder hast du das? Nein, ich nicht. Ich dachte ehrlich, es wäre schwerer. Ich bin froh, dass wir doch so relativ locker durchgekommen sind jetzt. Was ist denn das? Ich bin froh, dass ich ihn. Ach da. Dann vorbeilaufen. welchen schnell war der sniper noch holen was musst du ein sniper die schneller hintereinander schießen oder meinst du jetzt für die drei sekunden ja für die drei sekunden brauchst du keine sniper für nicht steht dabei dass du es mit einer bestimmten waffen machen muss ja aber die andere waffe die ich habe sie ist nicht gut genug dafür nein wenn da nicht bei steht dass du das mit einer ssg oder psg machen muss dann kannst du das mit einer x-beliebigen waffen machen sogar ich glaube ich kann es sogar mit simultanen machen wenn ich aber ausrüsten genau einfach unten mit der vier so lange schalten nicht abstürzen nicht abstürzen und macht die wie den computer da abgestürzt also müssen als wachkommst du hast mit griechen er startet automatisch neu synchronisierung ich bin schon wieder starten gemära abwesend was denn gucken ob der strom noch da ist das kann eigentlich nicht sein das nennt man dann ab virus ein ab virus ja ja es ist ein song weil weil ich ich connecte gerade mit dem server die kommt bei karina rein wenn du diese kassetten überspielen willst brauchst du um die kamerad schicken zu können einen anschluss und den kriegst du über die firewire-karte also ich glaube schon mache ich schon computer ja das einsatz abgeschlossen der ersten geschloss ich bin ja gar nicht auf dem server ja dann ja ich bin ja ich bin doch dabei datum vielleicht gegen steier jetzt meine drei kills wenn ich mit der sniker schicke ich auch die ob er noch weißt du wenn ich mit der snarker schicke ich auch die oberste noch weißt du so bitte ich bin da ich bin ja ich bin in der nähe ich muss halt 300 meter laufen auch noch ich weiß nicht wo die gleich kommen ich weiß es ich weiß es ja ich weiß es ist deswegen habe ich ja das geschütz heile gelassen also kommt mir quasi von dahinten die hubschrauber da kann ich noch eigentlich aktivieren war ich ja gerade nach da ist jetzt da ja ja die sind ja alle da oh ein neuer sniper kleines kuschelherden zieht oder so auf die fliege dann hol ich mal auf eins ich wollte mir letzten mal schon das kuschelt nur noch und das wege geld schenken kreis Ich habe den Piloten rausgeholt, jetzt kann ich nicht mehr schießen wollen. Warte, wie teuer die sind? 10 Euro? Was ist da für schlimm, der für 10 Euro geschenkt hat? Ich habe mir für 37 Euro meine Halloween-Koste gekauft. Für die nächste Rang. Ich habe gedacht, die kämen jetzt hier volle. Hey, guck mal, da flieh noch einer runter. Ich will fährt sein. Schon wieder einen. Willi. Der fährt schon wieder einer runter. Rorschungs kommt von drinnen raus. Hier war es so schnell. Was ist die blöde Kiste hier? Hier. Wo ist denn das Gebäude reinlaufen? 11, 18. Ja, also wir können nur einen Laptop kaufen. Ich habe kein Geld. Ja, den kann ich ja nicht für. Du. Aber wir werden jetzt hier auf dem Norden CDs fremden. Waptop. Mama. Wenn ich irgendwann da für dich spielen. Ich krieg was Neues aus der Orchester. Ja. Eine Tarnung. Wegfahren. So, wo ist denn das Auto? Wo muss man denn hin? Hier sind noch Gegner. Aber ich weiß nicht, ob du das schaffst. Drei Gegner in der Rästigung. Ich muss noch eine Kiste. Wie viele Gegner sind denn da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Also drei Stück brauche ich. Muss ich mal gucken, ja. Also das sind auf jeden Fall noch genug. Links in dem Gebäude, im Turm. Ich muss vielleicht schaden, die nah genug sind. Mit schnell. Ja, und ich muss sie anloggen. Einmal durchfahren. Ja, ich habe die letzte Kiste. Komm, ich mach mal ein bisschen Krawall da drin. Ich muss auch mal weg. Ja, ich mache das. Ja, ich mache das. Ja, ich mache das jetzt. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wie ist das? Ja, ich mache das. Ja, ich mache das an. Ich mache das jetzt an. Wenn ja nur einer hier bei mir einsteigen würde, dann hätten wir einen Stützen für den Panzer. Kommst du denn her? Komm schon wieder her. Es fehlt mir wieder einer, ey. Ja, super. Jedes mal kommt nur drei. Super! Ich liege. Hier war einer drin. Hast du dich wieder schlafen gelegt? Ja, ja. Ich habe mich wieder schlafen gelegt. Es kam ja keiner als Schütze in meinem Panzer. Sind ja auch keine Schützen, wir sind Sniper. Und wieder alles, ey. Ich glaube, da fahre ich irgendwann alleine. Ja, das wird schon vorbei. Ja, sicher. Oder du musst jetzt so eine Dreiergruppe suchen unterwegs. Du kannst das am besten machen. Ich habe ja extra eine Schie. Die schnell vorerst mal vorgenommen, dann bin ich. Endlich mal wieder ein Itemlevel hochgekommen, ey. Ein Item. 2,44. So, dann gucke ich mal nach der neuen Mission. Erstmal aufrüsten. Ja, da ist ja noch eine Kiste. Ja, ja. Ich habe nochmal eine Belohnung. gekriegt. Äh, Pistel. Sehr schön. Aber die bringt man nicht. Ne, warum nicht? Aber die bringt man nicht. Aber die ist ja nicht. So. Die Antenne zerstören. Easy. Doch, die Pistel bringt was. Ein Itemlevel höher. Ja. Bei mir nicht. Ja. Das dauert auch schon lange genug, ey. Das sind die komische Antenne. Eine Waffe und vier Klamotten. Ne, drei Klamotten. Ja. Wo wollt ihr hin? Also, ich habe jetzt diese Antennenmission gewählt. Antennenmission. Ja, dann. Attention. Soll ich in das Auto einsteigen? Dann könnten ja auch fahren. Und ich weiß, ich weiß ja nicht wo die ist. Weiß ich auch nicht. Seht schon da. Wo ist da? Ja, sehr. In der Nähe? Nee. Sieben Kilometer. Naja, gut. Mit dem Auto ist man eigentlich sieben Kilometer relativ schnell gefahren. Echt? Ich habe nicht drauf schreibt da alles. Aber dann hätte ich zwei Pinker zu gehen. Kann ich auch schnell kaputt machen. Wird nicht? Wird ja für alle. Ich dachte, ich hätte die Dinger umfahren können. Kannst du auch? Achso, da ist akzeptieren. Okay, dann akzeptieren wir auch. So. Jo, aber wir starten in die neue Mission erst in der nächsten Folge. Und ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.